Und da ist das Spiel abgekackt. Hey, ist was ganz Neues. Kennen wir noch gar nicht. So, wo ist denn der Letzte? Da ist der Letzte. Soll ich nochmal runterfliegen? Ist da unten noch irgendwas? War da ganz unten nicht noch Ikonidro? Sowas ähnliches war da, ja. Was war da hinten überhaupt? Ach ja, da war ja gar nichts. Hab ich hier schon alles einkassiert. Oh, ich hab schon gut Gegner getötet. Oh, das war ja schon besser. Ach, hä? Boah. Was ist das, warum? Das ist doch wirklich sexy. Warum zieht's denn hier so eich? Ich hab mir das Fenster nicht zugemacht, was? Ich hab dich auch lieb. Jetzt hab ich noch so an Raketen da. Ich hab' ich noch mal ein paar Mal auf die Tür rausgegangen. 5 MRF L Kille das. Titan-Schrappr-Schrappr-Schrappr-Schrappr-Schrappr-Schrappnill. Das sieht aus wie so Tasten am Rand, technisch. Ich frage, ob man das Leben überhaupt will. Nein, das will ich gar nicht. Also da unten ist auch nichts mehr. Verdammt, ich sollte das ohne Nitro schaffen, bitte schön. Haben wir jetzt doch viel zu schnell dafür, oder? Hätte ich irgendwo Nitro erhalten sollen? Das war zu früh. Das war ein Absturz. Nein, ich hatte doch da eben noch einen Sprich. Ich hatte den da. Wo muss es noch gehen? Nein. Okay, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist so was Sachen, wenn man ganz knapp anfliegen und dann... Moment, Moment, Moment. Ich habe mich so nicht. Noch irgendwas? Nein. Darf ich jetzt wieder zurückfliegen? Toll. Ich möchte das erstmal in die Luft sch... Rassistische Tür, rassistische. Gegner war schneller als ich. Ah. Diesen Gegner haste. Seinen abprallenden Schiss noch immer noch. Ah. Also eben so, so. Kommt ja da vorbei auch noch. sind erledigt doch gut aus er lebt natürlich noch war ja klar es ist auch nicht so dass die rakete irgendwie stark ist oder so nein das ist so ich hätte jetzt gern digital als nrfl modell davon gerne so mal eine million und ziel suchen das wäre lustige waffe warum gibt es so eine waffe nicht und wir entwickeln wieder nichts eigentlich nichts eingebaut ja die sterben ach ich krieg nitro jetzt wo ich es noch natürlich noch total brauche wo lande ich denn erst mal das sollte man jetzt gegen unternehmen wir nehmen die munition mit das schild die munition und das gold hier ist ein goldbar so far was zur hölle wieso komme ich da jetzt nicht mehr raus jetzt sterbe ich da drin ach so ich muss da lang na dann fliegen wir eben noch mal rein das kann ja keiner wissen dass man da denn stirbt mensch geht auch mal gar nicht hier eier an der wand lang so schild achtung teleporterstörungen gibt es kein zurück ich glaube es hackt nein es schießt es ist also kein metzger schießt da was von hinten ja von hinten schießt ja 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 lad 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 komm hab ich nicht noch irgendwelche raketen nein nein nachher richtig ich hab's schon wieder ver- vergessen, 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 vergessen stirbt doch auch wenn du da in den teleporter fliegst klick doch mal rein und stirbt bitteee nein WALTER WALTER ihr spinnt doch wie lande ich denn da ach wieder gleich in dem raum ja das ist ja wunderbar und hä der Gegner ist der auch tot? ist der tot? sieht beinah so aus nein ist er nicht er freut sich dummerweise bester gesundheit so jetzt bitte mal sterben hoffentlich kommt da nicht wieder irgendein Endgegner hab hier so gar keinen Bock drauf ja leckt mich doch er trifft das Vieh aber auch nur so scheiße äh geh weg stirb, 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 stirb ich bin zwar schon wieder fast tot aber wein bin ich ja ständig bin ich schon nachdem ich gespawnt bin auf Talmaihen ich glaub ich hab grad jetzt wie so eine Lakete abgefangen mit meiner Muck ne das ist ne Kiste oh eine Orbit kugel kugel ist zum Orbit toll was will ich mit dem Teleporter die sind doch alle gestört ja 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 ist gut tschüss 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 noch einer tschüss noch mehr tschüss 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 hab ich gesagt was ist das denn ne ich will bitte ne richtige Waffe muss ich jetzt erst in den Teleporter fliegen oder erst den Gang lang fahren mhm ich fahre mit meinem Raumschiff jetzt diesen Gang da mal entlang und würde ich mal sagen ich flieg als meine Teleporter mhm mhm ah hier hat er mich hingebracht ja da wollte ich hin genau da wollte ich hin kluger Teleporter eine Muck hatte ich noch das hab ich keine mehr und der Gegner ist tot perfekt mit meiner Muck den Gegner getötet ja und ja 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 ist gut ist gut kann ich zerstören muss ich mich zerstören nein ich kann da rumfliegen ich kann Schilder einsammeln ok ich fass mal noch ein bisschen ganz ruhig kleiner ganz ruhig ich will dir nur deine Schildenergie klauen Vögel fliegen Vögel fliegen tiefs heißt morgen regnet's jetzt wird's auch nicht mehr ganz so heiß HAH woher kommt der denn her woher kommt der denn her vor allem warum woher kommt der jetzt hin ich hätte gerne mal das ihr ja bin ich gestorben sieht man doch ich lebe es noch fick dich Arschgesicht spürst du bitte mal durch den Reaktor der Reaktor schießt auch nicht nach ganz oben glaube ich das ist ja eine reine Vermutung meinerseits was soll ich jetzt denn der Reaktor mal töten bitte du mich auch spürst du mich auch hä naja was mach ich denn da schon da bin ich sehe ich schießt der Reaktor schießt der Reaktor lassen wir mal schieben und da fliegen wir einfach hoch und hauen ab brillant was kann da schon schief gehen oh der Gegner könnte ich folgen und nicht töten oh das ist kein Argument ing mhm trickt euch ihr kackkisten wenn uns sowieso nix drin est warum stell ich sie denn hin 획 idé Warten, wir warten, wir warten, komm hoch. Das war nicht geplant. Ich hoffe, das nimmt auch Schaden dadurch. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ich bin ja auch brillant, wie meine Pläne. Einfach brillant. Was ist denn das? Was soll das da sein? Ich will doch mal gucken, Mensch. Ist nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Sie droppen auch nichts. Oh, nö, tut mir das. Moment, ich habe Solaris. Ist er tot, ist er tot, ist er tot. Was glaubt? Hey, es ist gecrasht. Wie super ist das denn? Ich kann es gar nicht beschreiben, wie toll das ist. Stirbst du bitte mal? Oh. Wie steht? Solaris Nummer 1, Solaris Nummer 2, Solaris Nummer 3. Ne, ich hatte ja auch eine getroffen. Ich glaube nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine getan hat. Dieser Reaktor ist instabil. Ach, kommt es da drauf, weil er die ganze Zeit auf mich schießt? Ach, jetzt sterbe ich da, wenn ich da rein... Das wird immer besser. Ich weiß gar nicht, was er zu sagen soll. Erst mit Stirb. Haha, mit 16 Hull da durch. Jawohl. Wow. Bin ich gut oder was? Bin ich gut oder... Naja, richtig, ich habe ja keine Raketen, weil ich noch verschießen konnte. Ich brauche neue Raketen, die verschießen könnten. Nichts treffe damit. Ich muss mal sterben. Langsam mal gut, Jungs. Naja, die Mehrharte habe ich ja schon getötet. Schild. Hey, der ist aktiv. Tolle Wurst. Shuttlezone 1. Toll, ich muss in Shuttlezone 2, oder? Nicht auf Dojax wechseln, bitte. Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Was bist du denn? Ahhhh. Oh nein, jetzt spawnt er noch so ein Drecksding. Ach. Was ist denn das kleine Ding da? Aber ich haue einfach ab. Kann ich da jetzt einfach wieder reinfliegen und weg? Ah. Dann muss ich wenigstens dieses Kack-Ding nicht töten. Nur etwa 2 Milliarden andere Gegner, aber die gehen ja noch. Ich nehme mal ein bisschen Munition und baller dich dann weg. Funktioniert ganz gut. Erstmal. Läuft doch, läuft doch. Warum ist sowas eingelagert? Okay, die rechte Kiste zerstören wir schon mal nicht. Munition ist schädlich. Das lohnt sich natürlich. Kommen natürlich auch keine Gegner. Jetzt da wieder durch oder? Jaaaaaaaaa. Ich werfe den Nachbrenner an. Dann und wann werfe ich den Nachbrenner an. Nachbrenner an. Nachbrenner an. Jetzt sehen wir das richtig. So habe ich diesen Kack-Nachbrenner, wo mir nichts bringt. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Weil ich brauche ihn nur nicht. Ich soll jetzt noch mal 2 Milliarden Gegner spawnen. Ich bin geringst. Also dieses Abstürzen hat es schon mit der Zeit. Ja, komm. Rein. Abschießen. Hallo. Ich muss nur wieder noch auf dich schießen. Ich werde jetzt auch mal das zu skan. Ich treffe damit gar nichts. Doch, gelegentlich mal. Ja, schickt noch mehr. Ich kann durch den Teleporter ja auch schießen. Ach, das geht nicht. Will ich nur noch ein. So, wo jetzt hier? Karton. Ist aktiviert. Da unten geht es weiter. Oder kann ich da noch mal durch? Kann ich durchfliegen? Bringt mir nichts. Glas geht auch nicht auf. Glas geht auch nicht auf. Sehr schön. Was ist da noch drin? Was ist da drin? Geht halt auf. Geh halt auf. Die nehmen ich natürlich noch mit. Nehmen wir mal voll dafür. Und wenn wir schon vielleicht da sind, die Animation auch noch. Ich könnte mal nachhören, ob sie das Sound immer noch so scheiße anhört. Moment. Ja, das sieht es weiterhin aus. Müsst nur ihr es ertragen und ich auch. Das muss ja jetzt wirklich nicht sein, dass ich das auch noch ertragen muss. Was war das denn? Was ist da unten noch? Das war irgendwie in die andere Richtung, ne? Was auch immer. Was ist da früher wüsst du in welche Richtung? Falsche Richtung natürlich. Also jetzt in die Richtung. Glaube ich. Nein, in andere Richtung. In ganz andere Richtung. Mach es einfach mal so. Denk, das hat aufgeräumt. Da denkst du falsch. Tschüss, tschüss, tschüss bitte. Sag tschüss. Sag tschüss bevor man geht. Was, die sind immer noch da? Ich hab doch die scheiß... Ja, die sind oben. Sag das doch gleich. Oder stürzt halt ab. Das ist dasselbe. Ah, das war die da, wo ich die Rakete noch hab, ne? Ja, ja. Du tankierst mich perifera. Ich will da runter. Nein, nicht stehen! Nicht, du hältst! Hallo? Hallo? Ach, was ist denn jetzt kaputt? Oh, es geht weiter. Es geht weiter. Und die Tür ist... Was war das denn eben? Mach mal die Aufnahme neu. Start. Nein, nicht noch so ein Ding. Ihr spinnt doch. Das ist eine totale Meise. Nein, ich hab natürlich keinen... Ah, ich hasse es, dieses Um-Ecken-Schießen. Sei mutig und schieß nicht. Mut zum Nicht-Schießen. Ach, komm! Er schießt auf den Boden und kennt mich damit. Und Absturz. Langweilig. Nein, nein, nein. Ja. Was? Ich hab doch gar keine Rakete verschossen. Ich hab doch... Ich hab doch... Boah, ist... Diese Waffe ist so scheiße. Er braucht mich nicht mal treffen, um mich zu töten. Stirb einfach. Ja, jetzt bewegt dich halt. Ja, Stürzer-Login. Ab, jawoll. Komm. Nee. Endlich. Todes-Drecks-Ding. So, ich hoffe, die Laser-Unden sind auch alle tot. Es gibt's doch nicht. Ich hab doch da mal eine Titanen reingeballert. Was soll denn der Scheiß? Billige Drecks-Rakete. Taugt nix. Und unten ist noch ein dritter. Ja, fick dich. Super. Wofür hab ich dir überhaupt einen Nike schossen, wenn es eh nix taugt? Ich hätt' gerne eine richtige Rakete. Eine, die auch was vernichtet. Ja, toll. Ich muss also da nahe. Also ich... Ja, eine Dive. Muss ich jetzt da rein oder wie sieht's aus? Na, also geht doch. Nur Kristalls vor und ja, ein Goldbahn, wie doch egal. Shuttleport, ja, ja. Kannst du mal gleich vergessen. Irgendwo im Shuttleport gibt's ein Schiff, das eine Ladung Goldbahn an Bord haben soll. Der Port wird von einem relativ großen Sicherheitstrupp bewacht. Aber das ist für ein erfahrenes Sölder im Sio kein Problem, oder? Warum mach ich das noch? Ich hab da schon Geld ohne Ende. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das. Stirb doch. Stirb doch. Kann ich da reinfliegen? Nein, kann ich nicht. So, das war's für heute mit Vorsacken. Kackspiel hier. Spiel's nicht, es ist scheiße. Egal, das war's für heute. Sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.